Immer mehr Energieunternehmen in Europa sehen Potenzial im Biogas. Deutschland ist auf diesem Gebiet ein Vorreiter. Bereits im Frühjahr 2011 hat sich das Energieunternehmen OWAG entschieden, in Biogas zu investieren. Als modernes Serviceunternehmen rund um das Thema Strom, Gas und Wärme gründete es eine Tochtergesellschaft zum Bau einer Biogasanlage und zur Einspeisung von Biomethan in das öffentliche Gasnetz. Die Biogas Oberhessen ist eine Tochter der OWAG Energie AG. Wir sind ein Regionalversorger hier in Oberhessen seit fast 100 Jahren und die Biogas Oberhessen ist dafür da, Biomethan zu erzeugen. Wir haben also eine Biogasanlage in Zusammenarbeit mit rund 60 Landwirten, erzeugen wir aus Biomasse, Biomethan, speisen das in das Erdgasnetz ein, um es dezentral zu grünem Strom zu veredeln. Biogas Oberhessen führte eine europäische Ausschreibung durch, an der sich auch E. van Wingen beteiligt hat. Der flämische Experte für nachhaltige Energielösungen lieferte das Blockheizkraftwerk, das sich als die ideale Energielösung erwies. Die Anlage hatte nach vier Jahren im Dauerbetrieb 40.000 Betriebsstunden auf dem Zähler und bleibt inzwischen nach der großen Überholung für weitere vier Jahre in Betrieb. Das BHKW ist für uns die optimale Lösung, um hier die Wärme für den Prozess zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig noch grünen Strom vor Ort zu erzeugen. Und das passt in unser Gesamtkonzept als OWAG Energie AG, wollen wir die Energiewende vor Ort vorantreiben. Wir sind sehr stark engagiert im Ausbau der erneuerbaren Energien, Wind- und Solarnutzung und Kraft-Wärme-Kopplung ist die ideale Ergänzung für die volatilen erneuerbaren Energien, um eine stetige und regelbare Stromerzeugung auch aus erneuerbaren Energien sicherstellen zu können. E. van Wingen ist stolz darauf, den bestmöglichen Service zu bieten. Deshalb wird in Zusammenarbeit mit dem lokalen Servicepartner die erforderliche Wartung und Unterstützung gewährleistet. Im Jahr 2016 musste der Motor erstmals überholt werden. Um die Überholungszeit zu verkürzen, wurde beschlossen, den Motor durch einen Austauschmotor zu ersetzen. Dank des modularen Aufbaus des BHKW ist diese Maßnahme reibungslos gelaufen. Die Wartungsintervalle werden von BU Power Systems durchgeführt. Die sind auch für uns sehr zuverlässig und werden auch fristgerecht immer über die Fernabfrage letztendlich angefordert. Und der neue Motor macht seinen Dienst ohne Beanstandungen. Hiermit sind wir eigentlich auch dann wirklich sehr zufrieden, können wir nichts Negatives berichten. Auch für die kommenden Jahre sieht es gut aus. Biogas Oberhessen hat mit E. van Wingen einen Wartungsvertrag abgeschlossen. In Zusammenarbeit mit dem lokalen Servicepartner wird also die Wartung und Instandhaltung der KWK-Anlage zugesichert. Regelmäßige Inspektionen und technische Unterstützung sind nach wie vor entscheidend, um die lange Lebensdauer der Anlage zu gewährleisten. E. van Wingen hat immer die erforderlichen Fristen eingehalten, die Lieferzeiten wurden eingehalten. Wir sind sehr zufrieden mit der Dienstleistung, die Unterstützung, wenn es mal Probleme gibt oder Störungen am Motor entstehen. Wir sind auch absolut zufriedenstellend, sehr gut. Und hiermit ist auch nichts Negatives zu sagen. Das heißt, van Wingen kann man ohne Bedenken weiter empfehlen. zu sehen. Wichen der KWK-Anlage